Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir, in dem es um Oxalsäure geht. Vielleicht hast du schon mal was von Oxalsäure gehört. Das ist der Stoff, wegen dem viele Menschen Spinat, Mangold, Rhabarber und Co. quasi verteufeln. Und in diesem Video erkläre ich, was es mit Oxalsäure auf sich hat und ob sie wirklich so gefährlich ist, dass du bestimmte Gemüsesorten besser von deinem Speiseplan streichen solltest. Oxalsäure kommt auf zwei verschiedene Arten in unseren Körper. Erstens entsteht sie bei verschiedenen Abbauprozessen natürlicherweise im Körper und zweitens nehmen wir sie eben über bestimmte Gemüsesorten zu uns. In kleinen Mengen kommt Oxalsäure in sehr, sehr vielen Obst- und Gemüsesorten vor, aber eine Handvoll Lebensmittel hat eben einen sehr hohen Oxalsäuregehalt. Und dazu zählen zum Beispiel Mangold, Sauerampfer, Rhabarber, Spinat, Rote Beete, Kakao und verschiedene Nusssorten wie Mandeln, Cashews und Haselnüsse. Ich habe auch einen Blogpost zum Thema, wie immer, und da findest du auch eine Tabelle mit verschiedenen Lebensmitteln und den genauen Oxalsäurewerten. Genau. Link ist unten in der Videobeschreibung. Was ist jetzt genau das Problem von Oxalsäure? Und zwar ist Oxalsäure eine sogenannte antinutritive Substanz. Das heißt, sie kann die Bioverfügbarkeit von bestimmten Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium und Eisen in unserem Körper verschlechtern. Und bei zu hohen Konzentrationen kann sie noch weitere gesundheitlich abträgliche Wirkungen haben, zum Beispiel insbesondere bei Menschen, die zu Nierensteinen oder Harnsteinen neigen. Es gibt aber bestimmte Dinge, die du tun kannst, um Oxalsäure in Lebensmitteln abzubauen. Und das sind bestimmte Zubereitungsmethoden, allen voran das Kochen, bei dem sich die Menge von Oxalsäure um bis zu 30 bis 87 Prozent reduzieren kann. Aber weil die löslichen Oxalate ins Kochwasser übergehen, solltest du das Wasser nicht unbedingt mitverzehren, wenn dein Ziel die Reduktion des Oxalsäuregehalts ist. Und bei Hülsenfrüchten können außerdem Einweichen vor dem Kochen und auch das Keimlassen einen zusätzlichen Effekt haben. Aber beachte an dieser Stelle bitte, dass das alles Optimierungen sind, zum Beispiel um die Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen zu verbessern. Und es ist kein absolutes Muss, immer alles zu kochen, das Wasser wegzukippen und so weiter. Manchmal ist es ja auch gar nicht praktikabel, wenn man zum Beispiel eine Suppe oder sowas macht. Und dann ist es auch völlig okay, mal das Kochwasser mitzuverwenden oder auch mal Spinat und Mangoldroh zu essen und, und, und. Und warum ist Oxalsäure in der veganen Ernährung ein Thema? Natürlich, weil Veganer viel mehr Gemüse essen als jetzt beispielsweise Mischköstler und demnach eben auch höhere Oxalsäurewerte erreichen. Und deswegen gelten Veganer auch eher als gefährdet, eine Unterversorgung an Mineralstoffen zu entwickeln, wenn sie nicht auf eine bedarfsgerechte Versorgung achten. Deswegen sage ich ja immer, vegan bedeutet nicht automatisch gesund, es kommt auf die richtige Umsetzung an. Aber wenn man sich insgesamt ausgewogen ernährt, dann ist der gelegentliche Verzehr von Oxalsäurereichen Lebensmitteln als gesunder Mensch wirklich absolut kein Problem. Und dann besteht auch kein Grund, ja bestimmte Gemüsesorten zu verteufeln. Und wenn wir gleichzeitig mit der Oxalsäure Calcium, Magnesium und Eisen zu uns nehmen, dann verringert sich die Aufnahme von Oxalsäure, weil die Mineralstoffe eben die Oxalsäure bilden. Und das ist ja oftmals automatisch der Fall, weil eben viele Oxalsäurereiche Gemüsesorten auch reich an Mineralstoffen sind. Aber dieser Mechanismus sorgt eben natürlich dann auch dafür, dass die Mineralstoffaufnahme in unserem Körper entsprechend verschlechtert ist. Und deswegen sollte man halt darauf achten, dass man genug Calcium, Magnesium und Eisen eben auch aus anderen Quellen zu sich nimmt. Und ich habe jetzt sechs Tipps für dich, wie du einen möglichen negativen Effekt von Oxalsäure entgegenwirken kannst. Und da ist Nummer eins. Ernähre dich abwechslungsreich und nimm eine Vielfalt an Gemüsesorten zu dir, statt immer auf die gleichen zurückzugreifen. So vermeidest du es einfach, täglich größere Mengen Oxalsäure zu dir zu nehmen, weil du zum Beispiel als Greens immer nur Spinat isst. Zum Beispiel ist ein tolles Oxalsäure-armes Blattgemüse Grünkohl. Kannst du ja mal als Alternative verwenden. Nummer zwei. Ernähre dich reich an Ballaststoffen, denn die können Calcium-Oxalat-Kristalle und lösliche Oxalate binden. Nummer drei. Wähle vorteilhafte Zubereitungsmethoden wie Kochen, Keimen, einfach um diesen Oxalsäuregehalt aus oxalsäurereichen Lebensmitteln zu reduzieren, wenn es praktikabel ist, wie eben schon erwähnt. Nummer vier. Richte ein besonderes Augenmerk auf Calcium und achte darauf, optimal damit versorgt zu sein. Einerseits direkt durch den reichlichen Verzehr an calciumreichen Lebensmitteln und auch indirekt zum Beispiel durch eine gute Vitamin-D-Versorgung, weil Vitamin-D auch die Aufnahme von Calcium im Körper beeinflusst und ganz wichtig dafür ist. Und fünf. Falls du Nahrungsergänzungen einnimmst, dann nimm so Dinge wie Magnesium, Calcium und Eisen-Supplemente mit einem Abstand von circa zwei bis drei Stunden zu den Mahlzeiten ein. Und am besten auch getrennt voneinander, weil sie einfach zusammen eingenommen die Bio-Verfügbarkeit der anderen Stoffe beeinträchtigen können. Und mein letzter Tipp Nummer sechs. Achte auf eine gesunde Darmflora und vermeide natürlich, wenn es möglich ist, die wiederholte oder auch längerfristige Behandlung mit Breitbandantibiotika, die eben deine Darmflora stören können. Denn einige Mikroorganismen in der Darmflora können Oxalsäure abbauen und dann wäre es natürlich schön, wenn die erhalten bleiben. Wie vorhin gesagt, kann Oxalsäure gesundheitsschädigend wirken, aber es ist normalerweise unrealistisch, über die Nahrung Oxalsäurekonzentrationen zu erreichen, die zu Vergiftung oder Vergiftungssymptomen führen. Durch diese ganz üblichen Nahrungsmittelmengen werden solche Konzentrationen im Normalfall nicht erreicht. Also wenn du dich ganz normal ernährst und oxalsäurereiche Lebensmittel jetzt nicht im unrealistischen Übermaß verzehrst, bist du eigentlich theoretisch auf der sicheren Seite. Aber Achtung, es gibt auch Personengruppen, die vorsichtig sein sollten. Und zwar sind es unter anderem Menschen mit Nierenkrankheiten oder Menschen mit Neigung zu Harnstein oder mit bestimmten Magen-Darm-Erkrankungen wie Morbus Crohn, die eben zu einer erhöhten Oxalsäureabsorption führen können und einfach alle anderen Menschen, bei denen eine erhöhte Oxalsäureabsorptionsrate vorliegt, diese Personengruppen sollten natürlich auf den Verzehr von oxalsäurereichen Lebensmitteln verzichten. Das heißt aber nicht, dass es für alle anderen, also gesunden Personen auch schlecht ist. So und das war es eigentlich schon zum Thema Oxalsäure. Ich hoffe, ich konnte damit aufklären und einigen so ein bisschen die Angst nehmen und deutlich machen, dass man solche Themen immer differenziert betrachten muss. Und ja, mit diesem Hintergrundwissen lässt man sich dann vielleicht auch nicht so leicht von Schlagzeilen wie Oxalsäure giftig, ist kein Spinat mehr oder sowas verunsichern. Ja, ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, über dein Kanal-Abo, falls nicht schon passiert. Und natürlich bin ich sehr, sehr gespannt auf deinen Kommentar. Schreib mir unbedingt mal rein, was du bisher über Oxalsäure gehört hast und ob mein Video irgendwie deine Sicht verändert hat. Ja, das wäre sehr, sehr spannend für mich. Und ja, ich danke dir fürs Einschalten heute und sehe dich beim nächsten Mal.